hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal und zwar wird das ein kurzes informationsvideo und zwar dass ich am sonntag weg fliege für drei wochen also ich bin für drei wochen noch nicht da ich fliege in türkei ist und deswegen wird es drei wochen keine videos geben nur damit du bescheid wirst und ansonsten wollte ich ein bisschen exp3 zocken müssen aufnehmen weil ich finde doch das spiel ist eigentlich ganz cool man kann schon so richtig geile kills machen und es macht einfach richtig spaß wenn man langerweil hat oder so also es bock schon muss man sagen ja ich glaube welcher war das ich glaube ja das teil war das was eigentlich richtig cool ist aus dem war max als leibwächter nur kopftreffer nein begrenzte munition nein brand munition ja komm machen wir einfach an keine ahnung was ist aber machen wir auch einfach an so was geht's so also backspend 3 ist auf jeden fall ein richtig geiles spiel macht auf jeden fall sehr spaß schade dass die story so kurz ist es macht einfach riesen spaß die ganzen leute zu killen die haben einfach keine chance ich finde die grafik voll geil alter in max pain 3 ich finde die grafik einfach richtig geil die ist sogar besser als in gta 5 finde ich ich finde die grafik vom max pain 3 ist besser nein ich wollte eigentlich die soppel danach ich wollte eigentlich so haben doch das ist sogar sehr witzig eine kleine misstabot war doch klar war doch so was von klar nein so viel glück hatten wir nicht ja komm schon bewegt dein hintern nein wirklich hier gibt es auch voll andere türen oder so also wir wissen ja nur von da gekommen aber sag es kein wenigstabend lass mich vor du Lockenkopf naja überspringen ist ok so eins zwei drei vier und los erstmal mega lag rein super Super Merkt alles ok man? Da bist du also ja? Ferner Hundemenge Bam 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 Wir sterben Alter Bam Und deswegen liebe ich Max Payne 3 Ohne Scheiß Nur aus diesem Grund Ja ja, komisch auch Einfach mal Risiko und rein rennen Ja Also ich find Max Payne 3 so episch Alter Wo? Ach da Lol, guck mal die Hände vom Max Payne an Und so und 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 Schieß doch Ich kann nicht schießen Und hab eine Kugel abbekommen und ich kann nicht schießen Wieso auch Warum denn auch? Warum denn schießen Max Payne? Also warum? Ich mein Sind ja nur 10.000 Leute die auf uns schießen Also Aber sag's kein Ja, erstmal nachladen Und Granate auch noch und die auf mein Kopf fällt Jaaa Jaaa Ecyon Ich hab einfach alle missgeboten Ich hab mich alle für einfach gebraucht Ich hab noch eine Jaaa Ich hab dich gesehen Kannst dich nicht verstecken von mir Aha Aha Das war noch einer Aber den quälen wir ein bisschen Ne? Er ist ein Fankiller Na komm Na komm Komm mal von da bitte Och Junge Und 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 Shotgun Boah Alter Gibt noch einer? Achso Mit deiner Hand Boah Sterb 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 So Was ist das denn für die Waffe eigentlich? Ah ok Ne Die Schrotze Ist ja am coolsten Ja Erstmal überall nachladen Gibt sich keine Munition einfach Jaaa Ich weiss die Scheiße Nein Nein Och knall ihn doch einfach ab man Der hat keine Ahnung Max Mach einfach alleine man Kannst sowieso niemandem vertrauen man Ja genau lass ihn alleine Scheiß drauf Wer soll sterben Ach wirklich Ich finde die Grafik einfach so geil Und wenn man läuft wie die Kleidung einfach so mitbewegt ist es einfach episch also Wow Find ich viel viel besser als ein GTA 5 ganz ehrlich Ja Max Ihr werdet jetzt auf dem Sicherheitssystem jetzt Herr Es kam einfach Okay gut Dann lockt dich auf Bleib Bleib Lass uns diese Leute hier Als sie wissen, dass sie dich nicht kommen können Dann sollten sie zurück Max Versuch nicht zu komplett das Platz So ein Opfer Ja Das was Max Payne sagt ist auf jeden Fall etwas Was nicht Falsches Man sollte erstmal versuchen zu überleben Also Pfff Ist das Wichtigste ne Also Also normalerweise ist hier so ein goldenes Teil Genau Genau Hier Ja Die Grafik ist so geil Einfach Orgasmus pur Ist das Blut? Bronco Nein Gut Ah ja Die ganzen Bilder Die ganzen Scheiß drauf Oh Sie ist gestorben Der hat doch bestimmt Familienkinder gehabt Oh Ich verstehe nicht mal die Sprache Ich verstehe nicht mal die Sprache Da gibt es nicht mal so eine Übersetzung oder sowas Ja Natürlich Du kleine Rundebengel Komm her Und Tut 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 Alle tot Tak 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 Na komm Geht doch Ja Ja Natürlich Verkrippelt Ihr elenden Hohen Söhne Loah was war das Alter Okay Pfff Gut gut Nein du willst mich nicht Töten Tot Okay Und das war es schon Oh nein Wir können doch über alles reden Gewalt ist doch keine Lösung Okay doch Hilfe Ich habe genug noch 3 Schuss Alter wir sollten mit 3 Schuss töten Hadi Natürlich Ja Störb Das geht nicht Nein 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 neinique 않 Nein 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 dir Störb 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 Rough Ich bin tot. Nein, doch nicht. Keine Munition mehr. Geil. Weiter. Ja, weiter. Das war's schon. Sehr geil. Gucken, ob wir noch irgendwas zocken können. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Warte, ist das hier, was auch noch ganz cool war eigentlich? Ja, das war geil. Jeder darf mir einen ausgeben. Nehmen wir aber diesmal... Oldschool-Max. Ja, einen. Kauftreffer, nein. Machen wir diesmal das hier an. Oder, nein, was wir machen? Sprengen wir die Zoom an. Und das auch noch. Ja, guckt euch Max Payne an. Das ist geil, Alter. Das ist geil, ey. Die Grafik ist einfach so krass, Mann. Ohne Scheiß. Wie Max Payne aussieht, ey. So sah er damals aus. Sehr cool finde ich, auf jeden Fall. Dass Rockstar so ausgedacht hat. Sehr cool. Ach, wirklich. Ich will die Schrotze haben. Ich will die Schrotze haben. Bei springen. Ist okay. Die Grafik ist einfach so geil. Ohne Scheiß. Runterjumpen, Max. Und Passos sind hinterherlaufen. Was ist denn das, Alter? La 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 la. Ihr kleinen Hundebengels. Ich denke auch. Ihr habt... Skill. Na natürlich. Na ja, ich kann auch ganz in Ruhe nochmal nachladen. Erstmal den Lixxer. Wie dann? Ich habe die beiden glässlich getroffen. Ja. Ich gehe hier rüber. Oh, geht nicht. Ja, okay, renn. Weil dich. Was? Wir haben nicht Jahre Zeit. Ja, komm. Guckt euch die Fresse vom Max Payne. Das ist unglaublich, ey. Unbeschreiblich. Ohne Scheiß. Ich finde die Grafik so geil im Max Payne 3. Schade, dass das in GTA 5 nicht so ist. Ich finde generell so die Grafik in Max Payne und... Ich meine, die Reflex sieht einfach aus Schnee und... Keine Ahnung. Ist einfach alles super gemacht, finde ich. Also... Respekt. Erstmal den umbringen. Okay, oder so. Ich kann keine Deckung nehmen. Warum auch immer. Kein Schuss mehr? Okay. Dann müssen die beiden laufen, ja. Kein Schuss mehr. Okay. Du bist nicht tot, oder? Du bist nicht tot, oder? Du bist nicht tot, oder? Du bist nicht tot. Oh mein Gott, Passo. Was machst du da? Und die Grafik ist so geil, ohne Scheiß. So was meine ich hier. So eine Reflexion vom Licht zum Beispiel hier. Es gibt es in GTA 5, glaube ich, gar nicht. Soweit ich weiß. Ich finde einfach Schnee und generell einfach die Grafik ist einfach so geil und... Wo man so sieht, so überall Schnee und so. Also ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Und ähm... Wie er lacht, ey. Das ist so geil. Immer ein Grinsen im Gesicht. Oder so etwas. Keine Ahnung. Ja, keine Chance, Alter. Ich habe bald keine Munition mehr. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das sollte eigentlich genug Gameplay sein. So ein bisschen Max Payne, so ein bisschen rumballern, so ein bisschen was erzählen und so weiter und so fort. Wisst ihr Bescheid? Und ja, ansonsten, ich bin jetzt im Urlaub für drei Wochen bin ich weg. Fliege ich weg in die Türkei, Istanbul. Und ja, ich werde, glaub ich, nach den drei Wochen wieder ein neues Video rausbringen und so, dass ich da back bin und so weiter und so fort. Ansonsten war's das dann von mir. Ja, ansonsten haut da rein. Euer Tessess und ja. Ciao, ciao. Ciao.